Moin Leute, Leo hier. Nach einiger Zeit bin ich zurück und jetzt viel viel häufiger für euch da. Kennt ihr eigentlich Escape from Tarkov? Ein grandioses Spiel. 2016 trat das Spiel erstmalig als Closed Alpha in Erscheinung, doch seitdem hat sich jede Menge getan. Escape from Tarkov ist eine Art Hardcore-Survival-Shooter, in dem ihr auf der einen Seite der Map spawnt und versuchen müsst auf der anderen Seite wieder herauszukommen. Möglichst viel zu looten und auch am Leben zu bleiben ist dabei von Vorteil. Andere Spieler haben nämlich dasselbe vor und werden deinen Weg kreuzen. Um euch mal einen Einblick in Grafik und Mapdesign zu geben, schaut euch mal diesen Teaser zur bald erscheinenden neuen Map an. Ist das geil oder was? Na ja, solltet ihr euch Escape from Tarkov gönnen wollen, dann tut das bitte nur über die offizielle Website. Keykäufer von Drittanbietern können hier recht schnell vom Bannhammer getroffen werden. Wenn ihr Lust bekommen habt, euch das Spiel mal genauer anzuschauen, könnt ihr einfach bei twitch.tv slash nextgtvgaming in einem durchgeschrieben die Glocke aktivieren, um mit mir zusammen ragen, verzweifeln und vor Freude in die Luft springen. Bleibt gesund, euer Leo.